schwarz hören nobody is perfect und damit meine ich nicht den mann der hier gegenüber sitzt und bei dem ich freundlicherweise zu hause jetzt sein darf für die aufnahme dieses podcast ich bedanke mich herzlich bei ralf morgenstern ich freue mich hier begrüßen zu dürfen nobody is perfect das ist der letzte satz eines stücks dass sie über wochen mit vielen anderen tollen schauspielerinnen und schauspielern am schlossparktheater gespielt haben hier in berlin und was demnächst dann in stuttgart über die bühne gehen wird und dem 9 dezember genau nobody is perfect dieser satz ist ja sehr bekannt ja woher kennt man den natürlich aus manche mögen sein manche mögen sein ist der berühmteste schlusssatz aller zeiten ich kannte den natürlich auch aber auf deutsch heißt das ja und eigentlich finde ich die deutsche fassung ja viel poetischer weil es nämlich heißt niemand ist vollkommen eigentlich ist das viel schöner aber nobody is perfect ist natürlich viel berühmter geworden das ist bei den dreharbeiten entstanden normalerweise ist der schlusssatz ich bin ein mann und bei den proben mussten die das ein paar mal machen und dann hat joey brown ein berühmter komiker der hat dann irgendwann gesagt bei den dreharbeiten ja nobody is perfect well nobody is perfect hat er einfach hinten dran gehangen und dann haben die gesagt das ist super das lassen war man kennt den ausspruch ja aber erst 1959 als der film rauskam wurde dieser satz in den sprachgebrauch übernommen aller sprachen in amerika in europa über nobody is perfect kennt man ja auch diese smiley sachen oder so mit so fratzen genau bilder nobody is perfect drunter das ist wirklich durch manche mögen es heiß haben like it hot den billy wilder film dadurch ist das entstanden und sie spielen die rolle des herrn der der die junge frau verführt und meint er schafft das und irgendwie schafft das ja auch die junge frau entpuppt sich als junger mann so ist es egal ist das nicht schön der heutigen zeit der film ist von 1959 also gerade 50er 60er jahre sehr puritanisch sehr sitten streng sehr moralin sauer und dass man da heute darüber nachdenkt man sollte sich doch in menschen verlieben und nicht in ein vermeintliches geschlecht und vor allen dingen nicht um sich selber nur vor zu pflanzen aber da wir ja immer noch weltweit es gibt so ein paar ausnahmen in einem patriarchal leben ist das so alte weiße alte schwarze männer genauso möchten gerne sich selber fortpflanzen möchten gerne dass wir alle genauso denken da müssen wir wieder verkämpfen oder wir dachte ich dachte ja auch mal das wäre alles schon viel weiter ist es aber nicht und das musical sugar heißt es sogar ist die weibliche hauptrolle im film dargestellt von merlin monroe es ist die titel rolle aber eigentlich gar nicht die hauptrolle aber sie hat es wirklich geschafft dass zu einem monroe film zu machen die beiden hauptrollen sind natürlich tony curtis und jake lemon und die monroe wollte es erst auch gar nicht spielen und weil sie auch diese rolle sagte spiele ich schon wieder eine doofe blondine wenn ich eigentlich nicht mehr machen und dann hat billy balder sie aber überredet und dann hat sie es wirklich zu einem monroe film gemacht für jack lemon war es der erste film als komiker der hat als schauspieler schon ein oscar gehabt und war aber ein normaler schauspieler in anführungsstrichen normal und hat seine erste komödie gedreht und das war der beginn einer großen karriere als komiker für jack lamb und mich hat die rolle total gereizt und die taler von rief mich an und sagte er morgen stellen also wir machen jetzt hier im schlossparktheater ein musical das heißt sogar manche mögen es heiß und da sage ich im schlossparktheater haben sie denn da platz und als nein sagt er wir machen eine kleine version davon aber würden sie bitte den oscurt fielding den dritten spielen da habe ich gesagt den spiele ich ihnen egal wo sie wollen und wenn sie meinen sie können nicht im schlosspark alles machen dann bitte er wollte heimlich die rolle eigentlich selber spielen hatte dann aber keine zeit hat dann dieses theater bzw die kirche in dessau in seiner geburtsstadt und dann musste das jetzt gehen und dann hat er auch keine zeit und da war ich sehr glücklich drüber und also ich finde die rolle ist ihn auf dem leib geschrieben na finde ich auch es ist eigentlich so rum genau genommen ist es nicht anders vielen dank nein das ist wirklich schön ist eine tolle besetzung der klaus seifert hat da eine wirklich schöne inszenierung gemacht und so ein kammermusical ist es eigentlich das ist schön ganz toll geworden ich habe mich sehr amüsiert in der premiere und kann nur raten da wirklich reinzugehen egal wo es jetzt gerade dann noch wieder gespielt wird er morgenstein sie haben gerade so schön gesagt man liebt doch oder mag doch menschen und nicht irgendein geschlecht ja sie kommen ja aus nordrhein-westfalen und sind aber mit 20 nach köln und jetzt schon seit mehr als zehn jahren in berlin ja das heißt sie leben ja in städten oder haben in städten gelebt wo das ja auch zum glück sehr offen ist dass man menschen lieben kann und nicht ein bestimmtes geschlecht lieben muss wenn man ein mann ist muss man nicht eine frau lieben und umgekehrt oder ja also muss man so und so nicht egal welcher stadt aber aber hier ist es natürlich in köln und in berlin offen die leute sind offener die leute sind hier sehr liberal ja und ich kenne berlin auch schon in allen aggregat zuständen wie ich immer sage weil ich bin seit ende der siebziger jahre schon hier ich habe früher musik gemacht ja also gesungen also immer mal wieder gewesen so und ich habe hier viel gearbeitet und in köln gelebt weil in köln war so mein lebensmittelpunkt durch familie und freunde und so bin dann vor zehn jahren fest nach berlin gezogen und obwohl sie ganz offen schwul leben das kann man ja so sagen ja haben sie eine tochter geht ja auch so was natürlich und mit der haben sie auch zusammen was gemacht nämlich ein café habe ich gelesen genau wir haben ein café wir machen zusammen urlaub wir haben zusammen gelebt wo ist sie jetzt in köln ja die ist in köln geboren die einzige kölnerin in unserer familie also die in köln geboren ist die möchte da auch bleiben also ihre mutter lebt auch in köln also sie haben einen wirklich wenn ich das mal so sagen darf also wenn man nur die paar zeilen bei wikipedia oder bei solchen übersichten übersichten ja das ist aber nicht das weiß ich das weiß ich aber weitestgehend stimmt es oder und zwar haben wir irgendwann mal vor zehn jahren oder ne ist schon länger her vor 15 jahren oder so sind wir bei wikipedia mal hingegangen und haben uns da eintragen lassen da muss man kann man sicher akkreditieren und das haben wir gemacht mit meiner agentur damit die daten wenigstens stimmen weil mittlerweile ist es so dass viele produktions firmen infos bei wikipedia rausholen weil es halt doch eine sehr umfangreiche enzyklopädie mittlerweile absolut also wir als journalisten machen das auch also das ist schon ganz klar und da sollten wenigstens das sollte stimmen früher war es ja so da konnte jeder reinschreiben was er wollte dadurch ist auch der roman von ralf monge aber es war ein berliner autor das geschrieben hat immerhin was ich sagen wollte ein schillerndes leben also wirklich was sie alles gemacht haben also sie haben selber schon erwähnt musik gemacht dann machen sie immer noch und sie kommen ja auch aus einer sehr musikalischen familie ja sowohl eltern als auch alle möglichen anderen verwandten alle was mit musiktheater und solchen dingen zu tun sie spielen theater sie spielen im film oder haben öfter in filmen gespielt und ich kenne sie aus dem fernsehen natürlich ja nun sind wir beide nicht blond aber sie haben vor 20 jahren meine sendung angefangen die hieß blond am freitag genau die erste hieß blond am sonntag da kommt eigentlich der titel habe ich verstehe aber dann später bild am sonntag das war ja eine sendung da ging es um klatsch oder themen gesellschaftsthemen promis und so weiter und das hieß blond am sonntag und die sendung war auch am sonntag abend das ztf wollte nur irgendwie nach zwei drei jahren auf den freitag und da hieß es blond am freitag der titel macht gar keinen sinn außer dass man weiß man die sendung kommt noch immerhin es ist bei der fülle der sendung und der sender heutzutage ja gar nicht schlecht also ich sehe sie da immer noch sitzen mit dem promis die beiden sendungen kaffeeklatsch und blond am freitag blond am sonntag habe ich 17 jahre gemacht 17 jahre wöchentlich beziehungsweise ist gar nicht wahr 15 jahre wöchentlich dann habe ich noch zwei drei jahre fernsehgarten immer die klatschecke bei andrea kiewel gemacht dann habe ich da auch noch mal eine sitcom gedreht und dass sie so ein richtiger theaterschauspieler sind das war mir ganz lange zeit gar nicht bewusst naja man hat so seinen fokus obwohl ich ja eben auch das mache was sie da 17 jahre beim zdf gemacht haben nämlich interviews mit leuten führen wobei jetzt nicht vordergründig klatsch aber auch ist das eben so doch so ein blick dass man sagt okay aus dem fernsehen oder radio kennt man die leute halt genauer als von der bühne ist ja logisch weil sie haben ja in ganz deutschland gespielt und man ist ja meist und österreich und schweiz auch noch also deutschsprachig das ist der vorteil der fernsehsendung die leute kennen mich da natürlich aus dem fernsehen auch eben in österreich und in schweiz und da kann ich deutschsprachig spielen ja das wollte ich sagen dass die meisten natürlich die hier ins theater gehen in deutschland auch in österreich sind natürlich sind ältere leute muss man schon salzburg macht da vielleicht noch mal eine ausnahme die festspiele oder überhaupt festspiele machen eine ausnahme da fahren doch auch viele junge leute hin aber so jeden abend ins theater sind schon die älteren die fehlen uns auch jetzt durch corona ist da ist da viel in die brüche gegangen die leute haben angst jetzt eben auch wieder wenn die zahlen sobald die zahlen hochgehen kommen auch weniger ins theater leider also das muss sich wieder ändern oder das ist doch wirklich ja ich hoffe es wird sich auch wieder ändern also wir sind ja zumindest also im schlossberg die wochenenden sind wir ausverkauft aber in der woche gerade anfang der woche haben wir auch schwierigkeiten die vorstellung ausverkauft aber es ist gut das ist gut gefüllt die leute natürlich ja und berlin hat natürlich so riesiges angebot das ist ja auch der wahl das hat stuttgart auch das muss man auch sagen stuttgart hat auch ein riesiges angebot naja stuttgart ist halt ein bisschen kleiner aber für die größe hat stuttgart ziemlich viel theater und ziemlich viel kultur angebot die haben alleine zwei musical theater das haben wir in berlin nicht ich war gerade die tage im theater des westens in kudamm 56 schon gesehen ja klar bei der premier ist das ein traum ja das ist sehr sehr schön also so modern diese 50er jahre in der wir ja beide geboren sind wir sind ja fast gleich alt ja darf ich es verraten steht ja auch in wikipedia es ist ihr geburt ja aber es war noch nicht in der tanzschule 56 war ich noch nicht in der tanzschule aber ich war natürlich in der tanzschule in müllheim an der ruhe da bin ich geboren tanzschule pentermann liebe grüße wenn es die noch gibt ich glaube nicht klar damals ging man in die tanzschule aber nicht nur um tanzen zu lernen sondern da hatte man ja auch benimm regeln also wie geht man miteinander um wie esse ich und sowas alles das vermisse ich bei vielen jungen leuten heute die können sich alle nicht mehr benehmen das ist im bus nehmen die ja nicht mal selbst bei corona jetzt müssen wir ja masken wieder tragen ja aber die nehmen ja nicht mal die hand von mund wenn sie husten oder sagen auch nicht guten tag und auf wiedersehen das ist auch so respektlos oder auch so ich verstehe das gar nicht die monieren das nicht weil sie es nicht kennen und finden das komisch wenn auch wenn man andere leute anspricht ich bin so mit rucksack unterwegs und weil es einfach praktisch ist ich habe beide hände frei und im bus oder in der in der u-bahn frage oder s-bahn frage ich schon mal entschuldigung mein rucksack dann gucken die mich an als hätte ich sie nicht mehr was wilder mann von mir ist total unüblich also das vermisse ich schon also respektvolles umgehen miteinander miteinander reden ich muss ja nicht gerade zehn sacksalz mit dem fressen mit meinem gegenüber aber ich kann doch guten tag und wiedersehen wenn ich irgendwo reinkommen liegt das an uns alten dass wir denen das nicht beigebracht haben ja vielleicht also da liegt ja ganz viel dran dass wir dachten das würde sich alles automatisch erneuern oder weitergegeben und ich schreibe mir das ja auch auf meine wo es mir eben besonders gerade so auffällt ist ich dachte ja auch demokratie wäre eingetütet ist aber nicht muss man auch wieder verkämpfen muss man auch weitergeben muss man auch sagen hallo hier übrigens ist das nur super form zu leben dauert zwar länger als diktatur aber demokratie ist einfach für uns die wir nicht in der politik sind einfach die bessere lebensart so und genau so ist es mit lgbt iq also früher sagt war es ja nur die schwulen und lesben bewegung heute sind da viele andere minderheiten gruppen oder benachteiligte dazugekommen was ich auch super finde immerhin sieht man das jetzt aber auch da ich habe ja ganz lange für die e-zilfe in köln auch und auch für gay liberation front so hieß das früher anfang der 70er jahr gearbeitet und bin viel dafür auf die straße gegangen für die liberalisierung also schwulen rechte sind ja auch menschenrechte es geht ja auch um liebe es geht ja nicht um ein konstrukt und das geht alles so verloren weil wir wirklich glaube ich dachten das bleibt so ist alles eingetütet wir haben super gearbeitet alles super die jungen leute machen das weiter nee das ist leider nicht so das muss man erklären muss man sagen hör mal pass mal auf und die letzte diktatur hier in deutschland ist gerade mal 40 jahre 30 jahre her mein heimatland die ddr ja klar sie sind ja in der diktatur groß geworden oder was war das naja es war offiziell die diktatur des proletariats das stimmt schon aber so schwarz weiß ich es nicht ich zum beispiel habe ein jugendradio in der ddr gemacht und da haben wir andere dinge gemacht und durften sie auch machen also ganz so blöd war die staats- und regierungsführung nicht als dass sie nicht wusste da müssen wir auch ein ventil einbauen damals wurde das schlimmer wenn ich sie jetzt mal zum gegen ende weil irgendwie kam ja das war ja eine revolution die sie gemacht haben ja zum ende war ja eher perestroika und glasnost sprich 85 rüberkommend aus der damaligen sowjetunion gorbatschow und da ging es ja eher um öffnung der ganzen geschichte und vielleicht trauten sich dadurch mehr leute und es kam zu dieser entwicklung wie es kam das ist auch wunderbar dass es so gekommen ist aber ich habe viele jahre eine sendung beim sender freis berlin gemacht und dann später rbb wo wir gerade diese ost west thematik immer wieder beleuchtet haben weil natürlich der mensch aus dem westen uns aussies gern erzählt hat wie unser leben war und so leute erzählen wir gerne selber darüber wie mein leben war also ich mir das so niemand erzählen dass er was ich ihnen jetzt nicht vorwerfen aber was ich hier eben oft nach wie vor höre und das hat eben was damit zu tun dass ich sag mal jetzt ihr wessis so wenig über uns wirklich wusste wir haben ja den blick immer in richtung westen gerichtet ja wir wussten ja alles wir wussten alles über die musik und so weiter aber auch heimlich wir haben bei dt 64 40 prozent westmusik gespielt das war nicht heimlich das haben wir jeden tag gesendet 24 stunden und das war möglich das war möglich werden eine so genannte 60 40 quote machen wir kleine bindungsstunde jetzt an der stelle 60 40 musik 40 prozent aus dem westen gesamtes also westdeutschland inklusive alle länder des westens und 60 prozent aus dem osten also ddr musik wir hatten ja auch als erste die deutschsprachigen texte im gegensatz zum westen also ihr hattet auch als erste sogar manche mögen es heißt das musical guck mal an im damaligen metropol und zwar 1989 das ist leider dann im mauerfall untergegangen ja die deutschsprachige erst auf können sie mal sehen ja also was ich auch sagen wollte wir hatten natürlich auch musik aus dem sozialistischen ausland das ist klar aber heimlich war das nicht also wir haben das gesendet natürlich haben menschen heimlich westfernsehen geguckt oder das ist ein weites feld aber das ist ein weites feld und ich kann auch dazu noch mal sagen also ich bin war viel in in ostberlin nicht in der ddr sondern in aus berlin aus berlin gehörte zur ddr das war die hauptstadt der ddr bin auch mal mit dem ja frau schwarz danke jetzt die klug scheißerei nicht in der ddr ich meine aus berlin nicht raus konnte aus ostberlin ja nicht in die ddr einreisen oder weiß ich nicht wenn sie einen tag gestellt hätten ja klar aber nicht von heute auf so na gut aber jemand der dort geboren ist aufgewachsen ist der sieht das möglicherweise anders und das bin ich was ich nicht verstehe das natürlich das leben was sie da hatten ohne diese politischen repressionen das ist mit sicherheit schön gewesen aber das ganze drumherum war schon sehr demütigend und sehr menschen ja natürlich ich kenne auch in meinen zusammenhängen niemanden der sich das so zurückwünscht aber sagen wir mal der goldene westen hat sich dann eben auch nach 89 für viele als sehr betäuschend ja klar ja sicher verstehe ich ja für uns auch ja also so ist es ja nicht natürlich ist hier nicht alles gold was gelingt aber es ist zumindest sind wir doch sehr frei und in unseren äußerungen und wir können uns äußern wir können uns frei äußern und frei leben und schon so wie wir wollen aber so rest freiheiten müssen wir uns trotzdem auch immer noch erkämpfen absolut ja das müssen sie jetzt auch ja so ist es so aber ich muss auch sagen wenn wir jetzt europa sehen eigentlich alle staaten ich habe auch in ungarn gearbeitet ich war in ungarn am operettenhaus in budapest ich fühlte mich sehr an die ddr erinnert man kriegt nichts privates aus den kollegen raus man geht zwar abends trinken oder aus oder unterhält sich man geht essen und so aber es ist eine von angst geprägte stadt das merkt man und ich bin sehr sensibel ich spüre dass sie sind auch vage sie können ja wir saugen ja unsere unsere umgebung sehr stark auf oder und spiegeln und selber auch glauben sie so weil sie gerade die waage noch mal erwähnen glauben sie so ein sternzeichen und charakteristika wenn man sich damit beschäftigt dann findet man schon parallel das will ich mal sagen ja vielleicht habe ich da so einen sinn für ich lege auch nein ich mache es nicht mehr tarot karten habe ich gelegt ich mache das nicht mehr weil ich zu viel die wahrheit also gesehen habe ich weiß das ja nicht manche fragen werden ja stumm gestellt das weiß ich ja nicht und aber ich lag da ein paar mal so richtig ich finde das charlatanerie wenn man das für geld macht aber ich glaube daran dass es menschen gibt die sich damit sehr gut auskennen die sich damit sehr beschäftigt haben die parallelen sehen daraus schlüsse ziehen können so dann haben sie also auch in den tarot karten nicht in letzter zeit mal geguckt wie es so weitergeht mit blick auf auch ein mögliches ende denn sie wissen ja dieses gespräch heißt gespräch über leben und tod ja haben die tarot karten ihnen was gesagt ja also auch sachen diversiert sind das war ja so meine krux deswegen gucke ich da so ungern rein will das auch gar nicht so gerne wissen es ist aber auch so wenn man sich selber die karten legt da würde ich nicht sagen dass das immer so hundertprozentig stimmt es sind ja auch nur richtlinien bei tarot das ist ja nicht zukunft voraussagen sondern das sind richtlinien es gibt immer das was es so wie es war so wie es wird und so wie es werden könnte die tarot karten sind wegweiser und ja die karte des todes heißt nicht dass man jetzt stirbt sondern dass sachen zu ende sind dass eine ära zu ende ist dass irgendwas zu ende geht und damit sollte man rechnen aber so wann jemand stirbt oder so kann ich da nicht für mich nicht drin leben aber ich will es auch gar nicht wissen wobei mein fokus auch gar nicht der ist dass man sagt okay und dann sterbe ich sondern die frage ist ja was mache ich bis dahin zumindest ist das die frage für mich ja und sie wissen ja ich gehe dem steckenpferd nach menschen anzutragen ihre eigene trauer rede ihre eigene erinnerungs rede so könnte man es vielleicht ja auch nennen zu schreiben warum damit sie sich mit ihrem eigenen leben beschäftigen solange sie es noch können und vielleicht sogar noch was ändern was halten sie von der idee ja das ist überhaupt eine gute idee ich finde es auch schön ob sich die nachkommen dann daran halten ist ja egal aber das kann ich ja auch dann nicht mehr reklamieren oder so wenn ich es nicht machen genauso wie ich das nicht reklamieren kann das was geredet wird ist doch so und so immer auch eher nur für die nachwelt ich habe mit meiner mutter kurz vor ihrem tod da noch mal drüber gesprochen meine mutter wollte anonym irgendwo im wald verstreut werden und da habe ich gesagt bitte ich fürchte das gibt es nicht weil ich möchte gerne eine stelle haben auch für die familie habe ich natürlich auch mit der familie besprochen eine meiner tanten ist verstreut worden im wald und dann habe ich zu meiner mutter gesagt ist auch immer da gehen wir doch jetzt mal hin dann guck dir das doch mal an so ja das machen wir dann waren wir da ja und dann sagte meine mutter ja und wo ist die hilde dann jetzt hier und habe ich gesagt ja das ist es eben anonym aufgepasst bei der wahl der bestattung ist ach so und dann ist es jetzt hier so in dem wald ja ist auch da gibt es ein baum da in der nähe aber da sind auch noch 500 anderer verstreut worden und da hat meine mutter gesagt ach das finde ich aber komisch das ist aber sehr anonym und dann habe ich gesagt siste und ich habe eine gruft worüber meine eine patenschaft übernimmt auf dem als stattfriedhof in müllheim an der ruhe der wunderschön ist den ich sehr liebe das war ein teil meines schulweges auch als kind und da nicht jetzt alles familie und da gibt es dann aber nur urnengräber weil das mitten in der stadt ist mittlerweile und das ist aber wunderschön und da geht man gerne hin und wenn wir in müllheim sind mittlerweile lebt keiner mehr also das grabe ist voll mit sechs uhr und wir fahren da aber öfter mal hin spazieren gehen gucken das ist auch sehr schön und ich möchte gerne als hinterbliebener einen ort haben wo ich hingehen kann und nehmen wir mal an auch ihr leben endet ja irgendwann da haben sie gar keinen platz mehr dort nein bis dahin könnte aber wieder was frei sein weil ich glaube wir haben das bis 2040 und das weiß ich jetzt nicht da muss ich mir jetzt auch noch keine gedanken nein da gibt es ja auch kurzfristigere lösungen ich finde jetzt so ganz so schlimm nicht in berlin bestattet zu werden und sonst müssen ja alle nach müllheim an der ruhe fahren ja ist auch schön ja aber so also wie gesagt da bin ich soweit bin ich noch nicht ich möchte aber nicht das kommt noch dazu ich möchte nicht verbrannt werden und das geht dann also da gar nicht das da nicht und von daher warte ich mal so vielleicht möchte ich ja irgendwann mal komme ich da zu einem anderen schluss ich möchte nicht gerne verbrannt werden findet die vorstellung nicht schön ich möchte auch nicht im wasser beerdigt werden weil ich habe einige freunde im see bestattung erstmal ist das sehr teuer zweitens mal muss das ja draußen auf dem meer in land nähe finde ich das ja noch lustig aber doch nicht irgendwo draußen auf dem meer denn die vorstellung finde ich furchtbar also ich gehe ins wasser ich war mal leistungsschulerin und wasser mir sehr nah ja also ich bin gerne auf dem wasser aber ich bin ich gerne in wasser und ich gehe auch nur in gekachelte gewässer schwimmen und das wird schwierig irgendwo einen alten pool zu finden wo man einen sarg reinschmeißen kann und was ist mit einer eigenen rede die idee mit der eigenen rede finde ich schön ich bin aber nicht so vermessen dass ich dann sage das müsst ihr so machen sondern ich würde sagen okay da könnt ihr euch gerne daran orientieren und das ein oder andere sollte schon drin vorkommen so ich verlasse mich da aber auf meine tochter ehrlich gesagt hast du schon drüber gesprochen haben wir noch nicht vielleicht ab jetzt jetzt sprechen wir erst mal so ich habe ja die große gnade erleben dürfen bei meiner oma dabei zu sein als sie starb bei meinem vater dabei zu sein also richtig zu verabschieden und das ist ja die halbe trauerarbeit ich kann das nur empfehlen weil das wirklich schön ist es ist wirklich schön geliebte menschen die möglichkeit haben zu verabschieden und bei freunden ich habe es viermal erlebt und das ist eine große gnade und danach ist eigentlich alles egal schwarz hören